Heute in der Früh, da ist er. So, der Weltmeister noch ohne Abfahrts-Wettkaps-Sieg. Acht zweite Plätze, drei dritte Plätze. Und wo, wenn nicht hier. Noch lieber wäre es im Übermorgen, aber er hätte heute auch mitnehmen. Und der hat keinen Schnupfen. Es ist sagenhaft, welch Programm der Odermatt zu nebenbei fährt. Der ist so fennnahe, was der da aushält, die Tage da schon. So, Topspeed einmal oben. Oh, was ist das für ein Satz, es bringt unglaublich. Der Zirkendorf, voll vierer, kurz. Oh, das sieht souverän aus. So, da kämpft er Büsler gegen die Schwerkraft, gegen die Kraft, die nach außen zieht. Und jetzt, Achtung, was macht er hier? Ja, der knallt voll durch. Jawohl, der knallt voll durch. Oh, das ist gut. Überall ans Limit, überall ans Limit. Ausfahrtsgeschwindigkeit 81,5. Wow. Das war schon einmal Action. Schau mal, ja. Dreizehntel hat er jetzt hier. Das ist die schöne in Wengen, du kriegst gleich den Tank dafür. Wenn es mutig durchs Kern ist. Ja, wenn man zuschaut, der weiß ja das nicht. Ja, der spürt's. Spürt der? Der schon. So, da wird er verfolgt von der Drohne. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass der Schatten in da nicht einholt von der Drohne. Die haben's auch mit dem Pistengerät präpariert. Da ist er pipi fein ruhig durchgezogen. Direkte Linie runter in den Haneck-Schuss. Der fährt das perfekt. Das sieht aus wie einer, der's am Computer spielt. Ideal erwischt die Linie. So, aber ruhig ist er durchgekommen, eine Hangfahrt in den Seilersboden. Ach, einfach wie aus einem Bus. Das sieht man nicht mehr so weit herrückt, aber schon mal ein bisschen schuldig. Ach, der Maschiner, Maschiner stört, aber das ist so fein über die Wellen drüber, schön warm mitgehen. Kann er jetzt nicht mehr allzu viele Fehler machen, aber das Ziel ist, muss er gewünschen. Hier, Lohne, Hals ruhig angesetzt, umgelegt. Alles am Limit, aber super Bestzeit. Unglaublich. Und schau, was der jetzt kohlt, der ist direkt rein, ich brenne. Bravo. Der dritte hat schon fast eine Sekunde Rückstand. Und der zeigt uns in seiner Reaktion, dass er hier sehr, sehr, sehr zufrieden ist mit dieser Fahrt. Ja! Ja! Und weißt, dass die Premierin dies für...